So, ich bin jetzt hier in Luzern an Radio Piratos Night, gerade neben Seven. Für mich ist er Craig David von der Schweiz. Also für mich finde ich dein Stimmisch. Mein grosser Wunsch ist sie, dass ich mit ihm ein Lied mache. Und ich tue ein bisschen beatboxen und mal schaue was er so zu bieten hat. Alles gut, fangen wir an. So hard and lost in the rain. Ich fang an. Yeah! Ich bin in der Zone gewesen. Weisst du, Craig David, ich in der Zone. Ja, ja. Ja, gemeint. Ich hör auf. Ich geh jetzt. Hey, schau. Du musst... Du musst. Go!